Oh! Auf jeden Fall mache ich mit YouTube und Instagram weiter. Ich habe viel in der letzten Zeit über Menschen gelernt, Schlechtes, aber auch Gutes und einen Menschen kennengelernt, der mir sehr viel bedeutet. Und mir sehr viel beigebracht hat. So Leute, ich halte euch immer auf den Laufenden auf Instagram oder auf YouTube. So Leute, ich halte euch an. Ich halte euch an. Jetzt Eux zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020